Ich bin die Bloodlows. Hallo. Du hast echt Probleme. Die Bloodlows. Hallihallo und willkommen zurück bei Trine 2. Wir sterben immer noch mit Silence und Valvorik und mir. Ich wusste es. Du bist schon zu früh losgejumpt. Ich wusste es. Was haben die immer nur alle gegen den fetten Ritter? Ich bin tot. Ich weiß das nicht schon. Ich bin tot, sagt der und läuft 1A rüber. Das kann ich auch. Fuck, ich bin zu fett. Wie er hängt an der Wand. Oh Gott. Was ist denn hier oben? Oh, hier ist ein Wasserding. Na, wolltest du den unnützen Zauberer mal wieder raufbringen? Danke. Jetzt sehe ich euch wenigstens. Das zerlegt. Ja, das, das, ähm. Entschuldigung. Hier geht es noch weiter. Achtung. Oh, 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 oh. Wo kam der denn her? Der ist vom Schild abgelenkt worden. Ja, super, dankeschön. Wusste, du magst sowas. Du willst mich doch verarschen, Mann. Oh Gott, klasse. Wieso bin ich schon mit einer Leine? Kommt mir echt wie Ping-Pong vor. You kidding me, da sind... Nicht dich. Oh Gott. Oh, du bist tot, glaube ich. Ich bin tot. Wechsel, 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 wechsel. Und diesmal ohne dich zu töten am besten? Ja, genau ohne mich zu töten. Ja, ähm. Okay, das wirst du mir nie glauben, aber mein Bild ging wieder zu Alex. Scheiße, du bist auch wieder hier. Was zum Geier. Ja, dankeschön. Also diesmal ist es Alex, der dich getötet hat. Große Klasse. Also, ähm. Okay. Lassen Sie sich ein bisschen rappen da oben. Uh. Party da aus. Shit. Mach doch da oben, was ihr wollt, ihr Spakos. Das hat sich gerade die Perspektive geländert. Mist, das Blatt. Sagt später, danke. Ich dusche jetzt erstmal. Alles klar, wir sagen später. Ich bin der Blatt. Geist. Ah, schön lacht. Was? Ich bin die Blattlaus. Hallo. Du hast echt Probleme. Die Blattlaus. Wo geht's denn hier lang wieder? Ich bin zu schwach, um den zu halten. Da zieht genau wie Alex. Yeah, ich hab's geschafft. Oh yeah. Da oben kommen nämlich Leute. So, ich bin durch. Kannst du gerne die Kiste unter mir nehmen? Dankeschön. Ich komme gerade ein bisschen in den Sidenote. Alles gut, alles gut. Hier ist noch eine Kiste. Ich bin noch mal durch. Oh, hier sind tausend Kisten. Scheiße, es sind hier viele Kisten. Und jetzt bin ich wegteleportiert werden. Du kannst wieder auf die Dings jumpen. Auf die Kiste. Ich wurde gerade in den Dschungel teleportiert zu Matthias. Na, schön. Also das haben die bei diesem Spiel echt nicht unter Kontrolle. Wäre wieder mal die Frage, wie der Magier dahin kommt. Wollte ich gerade sagen. Lass die den Magier absichtlich zurück, oder? Da, oder? Da, so. No shit, ich bin gleich gestorben. Was mir richtig viel Spaß macht. Was macht diese blöde Kugel da? Schreit die Kugel, oder ist das einer von euch? Wenn das funktioniert, ist es ja auch ein Wesen. Nein, das muss ja echt. Ja, okay, das könnte funktionieren. Ja, aber einen guten Appetit. Wenn du das jetzt noch richtig rumhindrehst, ja. Ja, guten Appetit, Alex. Das machen wir ja von... Ah, let's eat. Wesen. Ja, das wäre eine Möglichkeit, fuck, das Fass ist... Oh, wow, 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 na. Ich bin oben, anyway. Du bist auf meinem... Da geht's doch nichts rein. Aber da geht's nicht rein. Da geht's nicht rein. Aber da geht's nicht rein. Oh, scheiße. So epicisch auf meinem Bildschirm aus. Bin wiederum. Bin wiederum. Bin wiederum. Bin wiederum. Bin wiederum. Bin wiederum. Warte mal, muss mir jetzt wieder hoch, weil wir angeglitscht wurden. Nein. Ich meine, das müsste helfen. Ja. Oh. Oh! Ja, ich bin nur... Ja, das funktioniert. Wir warten dann mal auf dich. Ja, ja. Das läuft schon. Das läuft schon, genau. Das... Läuft ja wie geschmiert, meine ich. 1A. Läuft wie geglitscht. Glitch der Day-Doktor. Glitch der Day-Doktor? Oh mein Gott. Ja. Das ist auf so vielen Ebenen falsch. Ah. Weiter weg von der Explosion. Weiter runter, weiter runter, weiter runter, weiter runter. Androff runter. Ah. Läuft. Läuft. Läuft nicht. Läuft nicht. Doch. Ja. Oh, Spinner. Euer Job. Euer Job. Spinner. Fuck. Seht ihr die Spinne da unten? Ganz ruhig. Die will nur spielen. Mit euch. Der hat doch nichts zu suchen. Der hat Angst. Switch. Switch. Mit Spaß. Auf Wiedersehen. Arschloch. Oh. Da nicht runterfallen. Hey Moment, wenn ich runterfalle, kann ich mich unsichtbar machen. Ich bevorzuge diese Methode. Nein, nein, nein. Epic. Ich war da rundsichtbar. Ich war da rundsichtbar. Ich war da rundsichtbar. Ich war da rundsichtbar. Wie geht noch mal das Schild? Kräfte. Alter, als Magier hat man ja keinen Spaß erinnerst. Oh, wau, 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 wau. Was? Ja, ich krieg immer das Zeug vom Schild ab. Guck mal auf dich mal Triebcheckpoint laufen. Nein! Das hat ja super geklappt. Oh ja, stimmt. Ich bin ja Magier. Ich verreck in der Luft. Bin ich. Ach, doch, bin ich. Ich bringe mal noch einer durch das Dings. Am kleinen C erwischt und direkt gestorben, saugut. Will jemand? Nein, ja, nein. Nein, nein. Ja, wenn du deinen... Du bist der Magier. Ach, fuck. Wieder mal. Oh, wau, 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 wau. Alter, ich kann überhaupt nichts als der Mann hier. Das ist so kacke. Sind das Goblins? Mach irgendwie was mit denen. Ich bin der Magier. Ich darf Fussi sein. Wollen wir wieder wechseln? Ja, wenn du magst. Was muss drücken? 3? 1 oder 3. Okay. War lustig. Oh Gott sei Dank, ich bin wieder da. Ähm, what? Wie soll denn das funktionieren? Ah, was mach ich hier? Schieb mal bitte, Herr Magier, schieb mal bitte diesen Karren hier. Es geht doch wieder los. Oh, wir müssen mit den Karren da drüber. Können wir dann bitte alle in die Party eingeladen? Oh, scheiße. Ähm, da ist Gas, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Halt das Ding an. Jetzt musst du die Kiste hochwerfen. Und dann... Wir werden immer besser. Aber echt mal, Alter, das ist ja fast schon Teamwork. Da geht die Kiste hin. Ähm. Ja. Dann kannst du drauf jumpen. Ich bin durch. Wie ich diesen Satz schon hasse. Und darum geht's dann zum Checkpoint. Ja. Ah, okay. Ich bin durch. Jetzt kann Matthias bitte das nächste Mal die Anmoderation machen. Ich bin durch. Immer wieder ehrlich. Äh. Matthias, machst du ein bisschen was zum Lachen haben? Äh, was denn? Was habt ihr getan? Ach, ne, das Übelche. Das muss ich mir wieder angucken. Ach so. You gotta be kidding me! Scheiße! Shit! Wieso bin ich so kacke? Das frage ich mich seitdem ich dich kenne. Ah. Es ist mich nochmal herrlich mit euch. Scheiße, so knapp daneben, Alter. Jetzt mache ich nicht mal mehr was Böses. Ich bin auch einfach nur schlecht. Ach. Ich kann mir das nicht mehr angucken. Gott, sieht das Spiel gut aus. Wir machen Floß. Ja. 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 Ich kann im Haus. Das Alex ist ertrunken. Alle können schwimmen, nur ich nicht. Ach ja, du bist ja der fette Ritter. Oh, ich bin wieder am Leben. Scheiße, ich muss sofort wieder sterben. Oh nein, wie mache ich das nur? Oh, Feuer. Ist das Feuer? Ist das Feuer? Ey, ihr... Oh, ist das Feuer? Wieso funktioniert mein Schild nicht? Oh. Oh, ist das Feuer? Wieso funktioniert mein Schild nicht? Du treibst grad deinen Kill-Counter in die Höhe. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Oh, ist das Feuer? So, irgendwer steht da oben und ein anderer... Guck, doof. Naja. Oh, ist das Feuer? Hey, was gibt's denn da? Oh, ist das Feuer? Oh, Feuer, cool. Tschüss sagt. Oh, ich brenne. Silence. Silence ist wieder zu früh verreckt. Das gibt's ja nicht. Und, bei wo? Ja, ich. Und ich. Mach ich das? Uh, los geht's. Ich suchten die Helden das Schloss. Sie fanden seltsame Hinweise auf eine weitere Prinzessin. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Das fängt ja immer gut an. Warte mal, wo, wo zum Leer ist der Strand? Jetzt mal im Ernst. Ja, servus und hallo zu Trinezwei. Wir sterben wieder weiter. Und ich freu mich schon riesig drauf. Servus und hallo zu Trinezwei. Sagen silence. Hallihallo. Oh. Und. Und. X-Equimose. Hallo. Oh. Und Walburik. Oh. 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 Ich bin durch. Dreckstyp. Und dann brauchen wir theoretisch noch einen Zauberer, der da hoch springt. Wo ist der Mr. Zauberer? Ich hab dieBrien. Es soll theoretisch nur einer hier unten stehen. Das kann ich machen. Ja. weil Mr. Zauberer kann mich ja dann Hoch surfen. Klar. So, dann mal weiterhin. Ich hab's geschafft. Oh. Oh cool. Ja, hier ist so ein Ding. Walburik ist wieder zurück. Prozent Prozent ja wer hat hier sei gesperrt wieder bei wieder wenn man sollte daraus ein ganzes Spiel machen muss diesen Rohren er hätte es was geschafft schließlich auch schild ja wie der Fettelgeherr war das war so gedacht hundertprozentig ich habe aber so ein so ein so ein Würfel auf das auf die Plattform dies fährt vielleicht ist er groß genug damit er alles wird ja großartig das ist eine Idee oder das eine Idee der E-Ber-Underschein um ja auch zu müssen der Gable will nicht schießen das so ein seltsamer auch großartig ob es gekommen bin ich will umbringen das mit dem du da stehen bleibst ja das ist mein Plan die nächsten fünf Minuten warten bis die Fässer da alle explodiert sind du meinst vielleicht hat er irgendwann keine Munition mehr da scheiß Komplett aber dass sie da das sieht überhaupt nein da werde ich ja auf keinen Fall dann wirst du nicht sterben nicht sterben Quatsch aber es ist wenn du diese Ah kannst du nicht oder? bleib mal draufstehen auf diesen du musst die Wand da einhauen welche war ich? Alex wie wär's wenn du auf dem Mechanismus stehen bleibst welchen Mechanismus? auf dem du gerade vorbeigelaufen bist weiter 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 eben hier und jetzt? Ah da kommt sowas runter alles klar okay viele kommt da runter vielleicht müssten wir hier runter wir könnten noch einen Fluss basteln da warte Würfel und diesmal mach ich oh oh ... oh 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 super hat geklappt oh ja theoretisch müsste Matthias das machen weil der könnte sich hier einfach rüberspringen und dann fertig wieder sagen ich bin durch genau aber wenn du da drüben jetzt noch ne Planke hinmachst dann kannst du eventuell draufspringen wenn die hält Was ist los? Okay, hier! Warte, jetzt kann ich aber viel machen. Sind wir auch immer wieder? Ich hätte aber... Ich wär dazwischen ja blöd... RUAAAH! Nein, das wird so nichts bringen. Bin mir nicht sicher, aber das wird so, wie halt keine Hilfe ist. Tessert... Ich zeig mal eine ganze Part lang... ...er hartes Geschmack... ...er... Ein hartes Gefühle. Danach geh ich sterbe. Ja, halt so wie die letzten 20 Barz. Wieso? Wir bleiben unserer Linie treu. Als Zauberer bist du mindestens so kompetent wie Simon the Sorcerer. Der Würfel macht was? Stabiler. Ah ok. Spannend ob das klappt. Oh, ist jetzt die blöde Planke von vor hinten. Dreck. Oh Gott, ey. Spiel nicht wieder den Magier in irgendeinem Spiel. Auch nicht in Magicka. Und eine dritte lange Planke und dann... Die Plan... also zunächst die dritte Planke. Ich töte mich jetzt einfach, es hat keinen Sinn mehr. Also wenn du die Planke her schwebst, kann ich schon mal rüber gehen. Die Frage ist dann natürlich wieder die Mima. Wie kommt der Zauberer rüber? Was macht das? Oh, wollt ihr mitkommen? Das ist ein Aufzug. Boah. Ähm, ähm... Oh, da sind Stacheln. Scheiße. Äh, toll. Wieder mal mit-teleportiert. Oh. Ich versuch nur hier rauszukommen. Mit-teleportiert wird natürlich in die Stacheln. Rausschwimmen und noch mal genau in die Stacheln hüpfen. Oh, hinter euch ist ein Secret übrigens. Also nicht das Stacheln. Ich geh das nicht holen, ich bin der ängstliche Fettsack. Fettsack. Ähm... Ähm... Wir müssen hier unten irgendwo irgendwo einen Hebel oder sowas finden. Oder sowas. Kommt Stein, da kommt Stein, da kommt Stein. Wo ist der Stein hin? Ins Wasser. Steine haben die Angewohnheit zu sinken. Ja, ah, das blockiert jetzt diese Streams und dann können wir hier durch, oder was? Wie sieht's aus? Es sieht so aus. Äh, kommst du mit, Zauber? Ja, ich spiel noch mit Kokosnüssen. Er spielt noch mit Nüssen. Wie noch mit meinen Nüssen. He he he. Das war kein Problem. Tja, der Magier haltet verwirtschaftet so das erste Mal. Cool, ein Jumping Puzzle mit... Schmock. Mit Krak. Ich wusste es. Bist du gestorben? Ja, ja. Ach, du schleißt dich. Du überlebst mich, Matthias. Bloß geht's in der Hand. Heute schon rasiert? Nein! Ja. Ich hab das so... Genau. Ich würde mich ja nicht mit so'n großen Messer rasieren, aber... ...dame Fahrt mal wieder ab ist. Ich will natürlich da keinem was vorschreiben. Nein, 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 nein. Ach, eh je. Okay. Oh. Ich steh in dem Checkpoint. Das heißt, ihr kriegt die ganze Zeit wieder volles Leben. Sollte die eigentlich... Ach, ach. Nicht wirklich funktionieren. Hat geklappt, danke. Matthias ist es, glaub ich. Du, das hat aber gerade einen sehr lustigen Fehler. Vielleicht muss ich auch einfach da hoch. Welchen Fehler? Dass ein Koppel nicht fliegt? Nee, äh... Nee, nee. Ich weiß nicht, ob's hier Untertitel gibt. Ich hab zumindest in den Optionen keine gesehen. Gibt's. Also, ich bin durch. Ich. Darf ich ihn schlagen? Bitte, bitte. Alex, was machst du denn? Tot sein. Weißt du, dass du jetzt einfach runterfallen kannst und dann einfach durchlaufen kannst? Das sind so unsere Lieblingssätze. Also, ich bin durch. Also, ich bin tot. Ja. Also, ich bin, äh... Also, ich komm dann später. Ja, am Graben. Peter, äh, wird das nicht gut heißen. Peter? Also... People for eating taste the animals. Ja, ja. Schon klar. Wusstet ihr, dass ein Krabbe gerade benannt? Ja. Ich krabbe heiße jetzt Peter. Naja, du musst ja jetzt eigentlich nur rüberspringen, irgendwie. Irgendwie. Woohoo! Wow! Da oben ist doch bestimmt so ne Pflanze, die irgendwas macht. Ja. Und ich weiß schon, wie ich die aktiviere. Ja. Ja. Genau. In dem du einen Ritter ertrinkst, ertrinkst. Hehehehe. Ey, da... Wieso geht das nicht? Ja, ich muss das jetzt nur noch... Hehehehe. Aaaaah! Verdammt! Mach das doch mal. Mach das doch mal. Sag mir vor, Bescheid, wenn du los hast. Entweder ich schieb das hier auf die Seite oder ich möchte planken, weil das kann ich nicht. Ja, aber ich hab das grad nur... Kannst du da, wo ich bin, noch nen Würfel machen. Hehehehe. Jetzt. Oh Gott. Ja. Ah, der ist auch untergegangen irgendwo. Ja, und wie wollen wir das jetzt? Äh, weiter nach links, weiter nach links, weiter nach links, weiter nach links, weiter nach links. Halt, 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 weiter nach rechts. Stückchen, halt. Und jetzt sagst du mir Bescheid, wenn du loslässt und das andere Ding nimmst und ich schieß dann. Das wird ein Spaß. Ja. Okay, los. Wohoho. Alter, was ein Timing, ey. Oh shit, da wächst irgendwas drauf. Ich weiß nicht, wie's gedacht ist, aber das war zu gut, um gedacht zu sein. Hehehehe. Hab ich auch so'n Gefühl. Ah, da kommen diese Flöbels. Ja. Ich bin zu blöd für die Dinger. Ich hasse es. Ey, wenigstens keine Pilze. Ich bin durch. Wo ist unser Pilzliebhaber? Dr. Fungi. Ach, der hat noch Aggressionen. Bum. Wieso gibt's da keine Untertitel? Boing. 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 Oh. Untertitel für Herrgeschädigte? Spring. Spring. Sterb. Oh mein Gott. Ihr war's? Ich bin jetzt ein wenig überfordert, was passiert hier? Ah, kommt jetzt noch ein viel größerer Typ. Wir müssen, durch die Böse. Das hört sich so an Hilfe. Ähm. Oh, Oma, ich bin im Bild. Hallo Mama, ich bin im Fernsehen. Neben dem Haus von einem Godt-Rine. Ein Seelen-Artefakt. Eine große Macht. Ich könnte dich mit ihm zurückbringen und das ist der Herrschte. Komm bitte, die Action. Ich hau gerade dieses Trine-Ding. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, wir sollten da reinspringen. Wenn nicht, ich hab's gemacht. Ritter, spring mal rein. Man kann hier reinspringen. Ich bin auf dem Surfbrett. Ja, ich muss ja was haben. Vielleicht wird wieder open. Das ist eine Windmaschine, Matthias. Da fliegt das Rock hier. Ja, halt auf, nur unter den Rock zu gucken, Mann. Was, die ist auch ein Rock an, Frau. Genau, den Ritter noch tothauen. Adix, kommst du durch? Achso, ja, ich dachte, ich bleib gleich hier, aber so kann ich auch. Säure. Ah, Säure. Hey, cool. Ob die wohl gefährlich ist? Probier mal. Ja, ist sie. Das klingt, dass er Tumor siebster ist gesprochen. Da! Das ist... Warum... Wo kam die Planke her? Nee. Ja. Wenn wir das hier reinschieben, ist was? Ja. Wow, wow, wow. Und, was ist da unten? Da ist tot. Kryptorien. Ich glaube, wir müssen auf diese Säurefässer drauf. Also auf diese Dinger, wo das runterfliegt. Das wird ja ein Spaß, ne? Uh. Nee. You gotta be kidding me. Alleine kriege ich doch hier überhaupt nichts auf die Reine. Hier kommt man nicht mehr auf die andere... Oh, scheiße. Oh, verfickte Kacke. Hier kommt man gar nicht mehr auf die andere Seite. Kannst du die Wand, also dieses komische Ding da bewegen? Diese, diese Holzstämme, die da runterhängen? Ich bin sicher, das kann ich bewegen, aber dann schleudere ich auf uns, äh, dieses Ding. Also diese Label. Ja, ich meine auf der anderen Seite, auf der rechten Seite. Was hier meinst du, oder wie? Nein, aber das ist auch cool, dass du das kannst. Ich meine, auf der rechten Seite, diese Baumstämme, die kommen wieder jetzt rüber. So. Ähm, 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 wow. Oh. Wer ist da gerade runtergefallen? Oh, ja, na dann. Oh, das Leben nicht mehr durch. Aua. Das kriegst du schon hin. Ähm, ja. Der Weltruf auf deinen Schultern. Was sagst du? Gott sei Dank bist du eine Frau mit breiten Schultern. Wams. Nein, 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 nein. Ähm, herrlich. Das wird der, das wird der kreativste Tod. Egal wie, egal ob durch Säure oder... Komm nicht, oh. Oh. Ja, das ist die Säure. Oder beides. Ja? Äh, ja, klar. Fast beides. Euer Magier. Ja, ja. Der Held der Nation. Wenn du das machst, fließt das in beide Richtungen. Das ist dir klar, oder? Ach, das überlege ich mir später. Sprich gar nicht. Ah, ja. Das fließt der in beide Richtungen. Oh, shit. Ja, und jetzt kann Matthias rüber. Aber keiner mehr von uns. Ja, ich bin durch. Oh. Oh, 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 oh. Hilf an Stacheln, Hilfe. Oh, oh. So. Ach du Scheiße, was ist das denn? Vielleicht könnte am Matthias etwas etwas... Wieso ist Matthias gestorben? Ich will es gar nicht wissen. Weil da... Vielleicht könnte der Hilfe-Text mal die Fresse halten. Spring mal da hoch, auf meinem Schild, Matthias. Und was bist du gestorben, Matthias? Oh, ich probiere mal... Ach du Scheiße. Das muss man ja auch noch damit timen. Ihr wollt mich doch verarschen. Kommt mir voll wie Spider-Man. Bisschen, ja. Au, 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 au. Nein, 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 nein. Spider-Man, du Sterne in Säure. Ja, 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 ja. Die geht nur anders. Zeitlich anders hoch und runter. Siehst du? Du kommst nicht durch. Durch zwei kommt man im Leben nicht durch. Matthias macht mir Spaß mit dir. Äh, fast, ja. Ich muss mir sogar das Timing aufnehmen. Wie ein Seilspringen. Ah, ich bin so doof, ey. Oh nein. Also wenn du damit ein bisschen Seilspringen springst, dann kannst du auf jeden Fall Seilspringen... Nein, 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 nein. Weil hier der Checkpoint ist. Ja, 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 klasse, klasse, klasse. Oh Gott. Darf ich nenne den ganzen Tag? Das war ein bisschen Spaß. Das war ein bisschen Spaß. Das war ein bisschen Spaß. Das war das so. Da hat der Killcounter also einiges zu tun. Badespaß. Ah, scheiße, wir haben ein Killcounter, das ist mir bis eben gar nicht so bewusst gewesen. Wie soll denn das bitte klappen? Kann da mal Amadeus so einen intelligenten Satz loswerden? Jaja, wenn wir hier zwei Stunden sind oder so, dann... Oh, sch... Oh, perfekte K... Ach, dass es aufhört. Leg. Tot. Ich kann sehen, was ich gemacht habe. Tut mir leid. Gandalf, du bist auf dich allein gestellt. Durch was wird die getriggert, würde mich sehr interessieren, aber ich glaube, es ist die dritte, wenn die dritte unten ist. Warte mal, beobachte mal, ich spring mal. Ja, so, ich beobachte jetzt schon die ganze Zeit, die... Oh, nee, nicht gut. Oh, fuck, war das bloß. Fuck you. Ach, jetzt will ich wieder an der Reihe sterben. Hast du es gesehen, Alex? So, da muss doch noch irgendwas zum Hochholen geben. Ich bezweifle es, das ist, glaube ich, einfach echt nur ein Jumping Puzzle, wo man irgendwie was... Wo man schlau denken muss. Ja, das Richtige für uns. Ich bleibe einfach hier und belebe euch dauernd wieder. Ach, sicke K... Ja, das ist eine echt gute Idee. Wie soll das gehen? Ich raff es nicht. Das ist unmöglich. Das ist, ich hab noch... Nein, 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 nein. Nicht mal auf der Plattform, ich war auf dem Plattform, springen, ja! Oh ja, wenn ich die falsche Tasse drücke, ist kein Wunder, dass ich mich nicht bewege. Das war sogar nicht mal abziehen. Was so? da passt jetzt nicht sterben kann doch nicht sein ja was machen wir falsch ja gott sei dank dass mich hier hinbewegt ist das jetzt die plattform geht jetzt ein schild und da hoch und da ich kann auch stehen bleiben mann das bringt so wo auch nichts weiter warte 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 soll oder zuerst ich kann weg dem schild den einen beam kaputt machen zufrieden oder wie ihr Leben so gedacht wie wir es gerade spielen wir müssen es eigentlich nur noch um um von da wo wir jetzt sind quasi da wo wir jetzt sind perfekte scheiße und da wo wir jetzt sind mit diesem Balken erinnert mich an Hagiker was wollte ich sagen von da wo wir jetzt sind da kannst du die vierte bewegen warte warte woher heißt es ist ein Checkpoint ja ist es den Checkpoint gull liegt mir in den Kommentaren hier ist ich bin nicht nutzlos durch die der dritte auf dem Ort ich glaube es nicht dass ich diesen Tag noch erleben darf hast du denn du genießt gerade da deine rückenmassage oder nicht gerade ja bisschen höher zerquetscht mich in der Wand okay und wie kommt der Zauberer jetzt da hoch die Story of my life ja ich ich finde das total cool wie überall an den Decken wenn sowas ist die so Holzdinger ist wo ich mich dran festmachen kann ja aber ihr na dann Change mit Grimmeln weg ja nehmen wir den Cheat Weg kommst du da drauf doch nur im Singleplayer müsste es ein bisschen anders gehen äh im Singleplayer kann sich wahrscheinlich dann immer die Ische da hoch gegen Dingsen ach Moment brauche ich gar nicht er kann das ja selber da auch nicht hier ist ein Karussell jetzt weiß ich mal wie es euch geht wenn ich euch ne Planke aufm Kopf zauber das war sogar gar nicht absichtlich das ist ein bisschen klar ich möchte wenn ich ihn wieder haben ich bin Hör was kann ich mal einer bewegen hier ja das kann doch Mr. Magier machen Können wir wieder wechseln ich ich bin den 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 gehorsam Mr. Miyagi gewohnt äh ja warte mal ihr seid jetzt beide durch und ich nicht ja ja dann ähm warte mal ich kann hier nicht mal alleine sterben ne 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 wow ne spinne vielleicht kann ich hier ja alleine sterben ich brauche was was mich tötet okay das sind so ganz neue Worte aus deinem Boden hier das tötet dich okay ich kann sie aufhalten du kannst sie stapeln du rutsch ich rutsche tatsächlich ich kann sie aufhalten das waren die letzten Worte ah Sparta hallo ähm kann mich mal einer wieder mit ihm du warst ich hab dich da rauf gebracht achso hey wenn einer durch den Checkpoint laufen würde ich kann welcher Checkpoint ja genau hinterm ja achso ich äh Entschuldigung er bringt lieber mich um wenn die nur irgendwo reinstecken okay ähm und hallo sagt Exequal Moose okay wie kommen wir da durch ich hasse Säure was zum oh guck mal wer da stirbt oder wie ging die wie ging das ob mal wer da stirbt ich hab das andere oh nevermind äh kann das sein dass man den Schalter jetzt wieder umlegen muss ja guck mal wer da stirbt ich vermute es fast ja nein Schalter kann man nicht mehr benutzen das ist auch so das ist die Köln oder doch verarschen it's a one way ticket to oh wo kann sagen aber bei aber bei bei darkness heißt es doch and back ich sehe noch nicht so ganz wo es back ist für doch ähm ja dann mach du das mal au ja oder mach doch ich das mal ever kannst du diese dinge abfropfeln da oben oder ist was Alex ha 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 ja ja thanks ha ok ha kepi ha 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 schütteln vor einstürziger Städte das Aachen und jetzt extra das liebte ich um ja das dass das wird so viel Action das mit so viel Action da vielleicht aber ich kann euch jedenfalls jetzt mit Planke machen Prozent er wartet er ist aber funktioniert ich kenne ganz großes Kino Leute ganz großes Kino wir sind alle tot tot ich will nichts unheilvolles sagen aber ich denke mal du bist ich wollte sagen du bist offen wir haben nun mal nicht geklappt oh nein ich bin gestorben ich bin unerwartet wie soll man da auch rüberkommen man kann dieses Ding bewegen ich hab nie was gesagt oh mein Gott oh mein Gott da kommen gerade zwei riesen Tentakel oh ich liebe diese Gläser ich kann nicht mal was nützliches über Wasser machen ich kann nicht mal was nützliches über Wasser machen ich kann unter Wasser ersticken folgt mir hier kann man irgendwas holen also ich nicht wo ist hier zurück rechts ich habe ein seltsames Gefühl wenn der Krieger sagt folgt mir genau okay wie kriegen wir das Ding unter Wasser au was denn Hose so oh stimmt ja du kannst mich ja hochholen ich bin ja nicht der Zauberer bist du der Silversurfer jo ich bin da what's up das sieht nach einer weiteren Aufgabe für den Zauberer aus du musst mich doch verarschen oder probier mal ob dir das Ding wie hilft Matthias nein da geht es nicht weiter hoch aber ich kann ja unter den Rohr gucken okay da müssen wir es äh Mission Mission erledigt und zwar kannst du das gerade Stückchen nehmen mene das geht leider nicht dann doof ich weiß es ich weiß es du musst dieses Ding abmachen das gerade was da unten drunter ist. Dann musst du es gleich zur Seite machen. Das ist ganz lange hier oben über mir. Mach du mal den Krieg, den Magier. Warte, warte, warte. Ich brauch ein bisschen Aggressionspause. So, weg. Weg. So. Uuuuh. Hey, 5 Millionen mal Portal durchspielen aber ist nicht umsonst. Ja, sofort. Valorik. Das hört sich komisch an. Ich seh zwar nichts, aber es hört sich komisch an. Da, da, da. Wieso bist du wieder hier? Ja, Drecksspiel. Was tut ihr da? Ich hab nicht die geringste Ahnung. So. Was zum... Was machst du denn? Müsste ich hier wieder rüber bringen. Um hier drüber zu jumpen. So. Und jetzt muss ich die kleinste Planke ever bauen, damit du da raufkommst. Ja, die war schon gut so. Jetzt warten würdest bis... Oder die einfach festhalten sind. Ja, ich hab's halt nicht mehr. Ich bin zu zu alt für alles. So. Geht doch. Matthias, völlig hinten hilft. Ist das schon wieder Säure? Ja. Ist das schon wieder Säure? Ja. Ist das schon wieder Säure? Ja. Ist das schon wieder Säure? Das hält zumindest. Und wie kommen wir da jetzt durch? In der Mitte ist irgendwie so ein... Das war ja am liebsten, glaube ich. Das Ding in der Mitte da, ne? Das sieht nicht sehr... Oh, kann das bitte wieder einer... Was? Was ist los? Uh. Nix. Es hat zu kurzzeitig geklappt, Alex. Kurzzeitig warst du mein Hero. Da oben ist ein Dings. Jetzt geh ich da jetzt durch... Ja, komm. Ah, toll. Gummibären. Scheiße. Ich will mit dabei sein bei der Action. So. Das hätte beinahe geklappt. Nicht wir beide gleichzeitig. Oh, Mann. Was ist das, ey? Nicht lustig. Versuch mal links statt nach rechts zu... Verreck einfach. Das ist auch okay. Ich hab meinen Hut in Sicherheit gebracht. Das Ding ist weg. Ihr könnt hoch, ihr könnt hoch, ihr könnt hoch, ihr könnt hoch, ihr könnt nach links. Nach rechts. Voll mit diesen Dingern. Matthias, nicht. Oh, sorry. Das sieht wie eine von Isabels Spielen aus. Das sieht wie eine von Isabels Spielen aus. Jo. Rosi, wo bist du? die sind weniger Konkurrenz und die Prinzessin die ja ich kriegste klar so wäre die längste Planke der Welt dafür schlagen Argumente ich habe einen dicken fetten Hammer ich habe einen dicken fetten Paus Prozent seit wann sind denn die Plankungen so groß seit ich die Prinzessin gesehen hat das fast brennt kann mich ja da einer hier ich bin drauf in letzter Minute er leicht für die Klinik geworben ist ich bin ja so wieder rüberkommen zerstören mit meine zwei schlagerten argumenten kisten die aus dem nichts runterfallen oder wenn ich wollte mitfahren aber die mitfahrgelegenheit was da auch oh gott spring action ober dem abgrund das ist eine männer favorit muss man auch springen hat alex pläder der vier patrice aber scheiße hier ist eis weiter unten ist noch eins wenn du mich noch ein bisschen weiter runter christina weiter runter ich wünsche ich wenn den stacheln wo ja haha ja auch klar wir waren auf dem goblins also es ist jetzt es ist jetzt um sicher für dich ober ja wie kommt der zauberer jetzt hoch so ok was der zauberer der zauberer hat alte füße und der kann da hochgehen ah darf ich mal kurz in der jones referenz bringen nur der boost fertig machen ah k ja und ihr wolltet mich schon in dieser altersheim schicken viel spaß das alter sein geht nach rechts also ich bin drüber ich bin ein bisschen dieses ding er hat zu bekannten zauberer kannst du das ding da und dieses was da hinten im hintergrund hängt bewegen oben durch diese dinger das war sehr deutsch das dahinter noch einmal wie alt der opus kann jemand diese komischen schriftzeichen in der türen zu fahren das ist das für den magier das ist das für den magier wieder das ist das für den magier wieder das ist das für den magier wieder ich habe mich ich habe mich was zum wartet nein ich hasse Eis pfp auch wenn ich jetzt gerne welches hätte weil Eis eigentlich ganz cool ist vor allen Dingen in den Temperaturen du? na dann das zweite ist versetzt oh scheiße das muss man in einem Gang durch machen are you kidding me? nein man muss aufhören so na das ist jetzt ganz einfach passt auf ich laufe jetzt hier einfach durch ich habe es auf Bild nein 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 haste ich hasse Jump'n'Runs ich hasse haste haste Jump'n'Runs einfach schlecht Jump'n'Runs ja oder bei mir ja Jump'n' Die nein nicht schon wieder Alter ist das komplett Glück oder übersehen wir hier gerade was heftiges äh einfach ich laufe einfach durch da komme ich gut weit mit wenn ich dann nur das Springen au 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 was hat sie gesagt? au 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 irgendwie sowas man kann in die andere Richtung springen aber extrem schwer klasse ich könnte mal probieren ob ich mich irgendwo in der Decke festhalten kann sah nicht so aus aber viel Spaß gut gemacht das ist die perfekte Abkühlung für 34 Grad ja die Episode heißt dann einfach der frostige Tod und ach Gott ey wie hieß Arnie bei Batman? Mr. Freeze genau ja ah fuck kacke dreck shit wie hieß Arnie bei Batman nochmal fuck kacke dreck shit ja ja der war nicht geeignet als Mr. Freeze zumindest Mr. Dreck man du hier shit oh you gotta be shitting lauf weiter lauf weiter lauf bloß weiter wenn dann checkt ey lauf weiter schnell durch dich scheiß auf die Goblins durch den check Gott sei dank rekt ihr goblins sag doch einfach durchlaufen die Chance dass sowas klappt ist ja echt mal wohl so gering du bist mein Held danke Held auf der Held auf der second das war nicht mal Absicht Matthias auch? auch in den Abgrund was? ja da unten ist ab wie hab ich denn das geschafft? nein war are you kidding me das ist die Diggi schon zu unfähig und los ja das ist so ein Aufzug und ja hier und das Feuer ähm der PIK der Schild bestätigt bestützt die beiden schlagen in Argumente im Labor da ist das geschehen oh toll oh toll können wir bitte wieder in die Eiswelt sind hier der Hunde oder was keine Ahnung achso da unten sind oh nein ich mach' eine Schuhe ich mach' eine Schuhe ich mach' eine Schuhe ich mach' eine Schuhe ich bin drüben ich bin drüben hier ist ein Goblin und ich bin so gut wie tot ich bin so gut wie tot ich bin so gut wie tot ich hab' ihn geschnetzelt schnell 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 Hebel umgelegt was hat der Hebel gemacht was hat der Hebel gemacht Prozent aber jetzt wird es im Kopf rüttet Deine ist brillant der andere ist krank soll ich eine tolle Planke bauen nein sollst du nicht ich glaube das kriegen wir hin ich baue eine tolle Planke hehehe wow ich fahr noch ne Runde mit oh nein ich will noch ne Runde mitfahren zum Thema er fährt noch ne Runde mit ne da und ich bin es gerade auf schweren natürlich ja 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 ein Rohrenstöpseldings ja kannst du das mitnehmen dieses Rohren langweilig Rohrenstöpselding wir brauchten das weil wir zu viel Leben wie ich verdammt warum bin ich ihm nachgelaufen naja bescheuert glaubt ihr ich schaff das jetzt oder was auf geht's Tiger لكer ja warte ich muss auf mein Taxi warten ja die mich ein gewingen dünn hahahaha Gott begann so vor wie wie die Solow hold Act in d'Borg warte ich muss auf mein Taxi warten ja so ist es das schaffe ich im Leben die ich kann ja auch gleich in die Lava springen aber du kannst ein tolles Schild machen ja ja so ähnlich nicht kannst du auf dem Floß basteln mit dem Schild und über die Lava segeln ja und jetzt nee jetzt sind wir immer noch ziemlich tot wenn wir auf dem Floß stehen wo war der zweite Schalter der war da oben magst du raufjumpen du bist so fett was ich bin nicht fett wieso schaffe ich es nicht mehr ne Planke schweben zu lassen mann 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 Matthias du musst was tun Weight Watchers Zauberer Weight Watchers empfiehlt sich eigentlich bin ich doch der Fette geh du mal rauf was ich glaube wir haben so leicht bespielt kann das sein haben die das geändert dass man damit die die Sachen hochfliegen kann und so das kann sein es gab ja ein Patch aber ich bringe mal rauf Prozent abhängig ist aber darauf kommen wenn wir uns entschieden nicht mehr haben Prozent okay das schluss doch noch das geht gerade die andere nicht aber okay ist es geschmiss schmolz schmolz das hat er geschafft ich bin tot ihr könnt es mich auch gerne holen da zwei Millimeter links von euch für ein Stück und ja ja ich bin ich habe die das ist ja mal jetzt durch Geschicklichkeit geschafft aber ich bin auch ich bin ich bin oben viel Spaß zauberer ist ein Mammut aber es nur ein Auge die auf der einen Seite hat er natürlich nur ein Auge das andere ist auf der anderen Seite sind Koblenz wir haben wir tun zu weit gelaufen ist so scheinlich ich zueber ich brauche ein bisschen Auslauf ich bin dick das wird sich mit dem bisschen auch auch nicht ändern Prozent ich hasse Sokoban naja weil das so ein Auer-Tag auf dem Boden war das sieht sicher lustig aus das sieht ein bisschen minderbemittelt aus wer hat es geschafft minderbemittelt ja das wird unser Tod sein dieser vereiste Abhang wird unser Tod sein sagt er und das ist so richtig gerockt beim letzten Mal möchte ich dich nur erinnern er und dort natürlich ist ich bin einer durch den Punkt betrieben dass wir tippen zudem gerade in den Hintern geschossen was hat denn ich hab den letzten Schlag gemacht um ein richtig für die Fertigkeitsgerät hat wir können Auskampftode also von daher nicht der Zauberer ist der letztes Mal eine hochgekommen glaube ich hh 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 ach schon gibt es immer dann ist ja alles bei Malten weil wir kommen und ich kann nicht mal die Pflanze mich auch doch ich kann trotzdem für mich als sei dass du mal nicht sterben kannst ist was neues ich dachte schon gerade was mir los wer vertraut mir ich nehme lieber die Pflanze Pflanzen sind Freunde keiner vertraut mir ob das Gründe hat uh sind wir jetzt durch mit dem Level sieht so aus als Kapitel hat eigentlich jemand ich wollte gerade fragen hat irgendjemand irgendwas von der Story mitgekriegt nur für den Frauen genau ich bin immer noch fest davon überzeugt dass es einfach ein gigantischer Drogentrip ist und zumal schon am Ende festgestellt dass es einfach um hier der Dicke der Skeneponsen und Porti lus um der Treibers einfach ein riesiger gigantischer fliegende Drogent und vor die Buhl es sind sie auch über diese Riesenpilze Kann ich das mitnehmen, das Bild? Unser Sammlergemälde? Nein, das passt nicht durch die Tür. Wenn ich jetzt... Ich hab's kaputt gemacht. Ich war zu fett stecken geblieben im Wurmloch. Seid ihr verletzt, Prinzessin! Ich hab gelesen, seid ihr verreckt, Prinzessin! Hahaha. Die ist voll weggedröhnt. Ja, sie ist auch. Guck mal, wie viel Staub die noch um sich hat. Die hat aber ordentlich gekokst. Bei jedem Abend zu kommt so eine Riesenwolke einfach raus. Wir haben einen Plan. Ja, den Krieger vorschicken und gucken, wo er stirbt. Und dann... Ziel auf die Ohrringe. Mann, das hat sicher eine Frau entwickelt. Ah, das hat geholfen. Was hast du gemacht? Ein brennendes Fass auf sein Horn geschlagen. All das muss man selber machen. Also bist du auch nicht nutzlos. Ich bin auch nicht nutzlos. Du bist Kanon-Vorschein, oder? Du bist Kanon-Vorschein, oder? Du bist Kanon-Vorschein. Du bist Kanon-Vorschein. Ich schmeck nicht gut. Ich sag dir, ich schmeck nicht gut. Du musst es wieder selbst rausfinden. Ja, das Aufwachen ist immer das Schlimmste nach dem Drogentrip. Ja. Der Absturz. Lebe ich noch, genau. Die muss es heftig übertrieben haben. Ich fürchte, euer Schloss liegt in drüben. Ihr habt zudem ein paar echte Probleme mit den Rohren. Ja, jetzt kommt er. Und die Megabong. Also sagen wir es mal so, der Drogentrip ist jetzt beendet. Sie haben keine Angst mehr vor dem Hund. Und die gefährliche Ische ist verschwunden. Das heißt, die können jetzt ordentlich mal wieder einen durchziehen. Jetzt wird das Crack-Kuback. Sie hat schon einen netten Inhalator. Sieht aus wie ein Bein von Batman. In so einem kleinen Ding, da kocht man kein Wasser oder Tee oder sowas. Wisst ihr Bescheid? Jetzt weiß ich, warum so viele Pizze im Spiel waren. Ja, ne? Ja. Gut, was? Mehr. Die Kürbisse wurden gerettet. Die Kürbisse. Ah. Oh Mann.